Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, ich bin die Miri. Evil Dörte hat ihren ersten Tag in ihrem neuen Leben auf dem Tyrannenhof im Sternentau-Tal einigermaßen glücklich hinter sich gebracht. Und es ist ihr bereits gelungen, pleite zu gehen. Wir haben null Gold über. Ich weiß nicht, ob mir das überhaupt schon mal passiert ist, dass ich morgens wach geworden bin und so gar kein Geld mehr hatte. Wenn, hab ich's vergessen. Für Dörte ist es auf jeden Fall keine so schöne Situation. Zweiter Tag, kein Geld mehr. Das muss natürlich dringend geändert werden. Aber bevor wir uns hier in die Arbeit stürzen, würde ich gern zwei Dinge vorab loswerden. Erstens möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch Zuschauern, die mir so fleißig unter dem ersten Video kommentiert und geliked haben. Vielen, vielen Dank dafür. Hab ich mich sehr darüber gefreut. Ich bin auch wirklich sehr glücklich, dass ich wieder Stardew Valley spiele und freue mich natürlich besonders, dass so viele von euch zuschauen und mitfiebern. Und die zweite Sache ist etwas, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, was ich dann aber vergessen habe zu erwähnen. Und zwar hat sich hier bei dem Menü ein bisschen was verändert. Und ich möchte es euch einfach mal kurz zeigen, dass ihr es gesehen habt. Zum Beispiel bei den Fähigkeiten gibt es was Neues. Wir haben hier ja die fünf Fähigkeiten mit jeweils zehn Leveln. Und darunter hat sich irgendwas verändert. Ich vermute, dass es mit dem neuen Meisterschaftssystem zusammenhängt. Damit soll es möglich sein, Fähigkeiten, die auf Level zehn sind, weiter zu verbessern. Fragt mich nicht, wie das genau funktioniert. Soweit habe ich ja selber noch nicht gespielt. Aber irgendwas kommt da auf jeden Fall auf uns zu. Nur natürlich jetzt nicht sofort, sondern erst, wenn wir eben auf Level zehn sind. Also es wird ein bisschen Zeit vergehen bis dahin. Beim Sozialen ist nichts Neues hinzugekommen. Die Karte kommt mir ein bisschen detaillierter als früher vor, kann aber auch täuschen. Vor allem soll es aber so sein, dass die Position des Spielcharakters jetzt etwas exakter dargestellt wird auf der Karte. Können wir ja bei Gelegenheit mal überprüfen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Bei den Herstellungsrezepten, gut, also das Menü ist an sich das selber, aber es werden natürlich neue Rezepte dabei sein. Aber hier gibt es einen neuen Reiter, nämlich den Reiter Tiere. Und hier werden uns alle Tiere, die wir besitzen, einmal aufgelistet mit Namen. Unsere Hühnerküken heißen zum Beispiel Zweig und Blatt, was mich sehr freut. Sehr hübsche Namen. Wir sehen außerdem, wie gut sie uns mögen, also wie sehr sie uns mögen. Und wir können offenbar auch sehen, ob wir sie schon gestreichelt haben. Was natürlich, gerade wenn man sehr viele Tiere hat, dann durchaus nützlich ist. Wir haben ja außerdem noch den Reiter Besonderer Gegenstand und Kräfte. Das kennen wir im Grunde schon, das war nämlich früher hier unter den Fähigkeiten, meine ich. Aber da ist jetzt ja kein Platz mehr, deswegen wird das ausgelagert. Außerdem sind hier, glaube ich, auch noch ein paar Sachen hinzugekommen. Mal sehen, was uns hier genau erwarten wird. Außerdem gibt es die Sammlungen, da hat sich jetzt im Grunde nichts verändert, außer, dass natürlich neue Sachen hinzugekommen sind, die wir dann entdecken können. Bin mal gespannt, was das alles sein wird. Ja, und Optionen, klar. Ja, dann lasst uns mal starten. Wir beginnen natürlich mit Fernsehen. Erstmal der Wetterbericht für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Ja, wie immer am dritten Tag. Und der Wahrsager. Oh, ich sehe ein Glitzern in meiner Kristallkugel, eine Scherbe des Wissens aus der Zukunft. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Na toll. Schon wieder kein Glück. Ist ja nicht zu fassen, was sich das Glück hier erlaubt. Aber wenigstens haben wir Post bekommen. Hallo, bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Schreibt Willi. Wir wissen nicht, wer Willi ist und wir wissen auch nicht, was er für uns hat. Aber auf jeden Fall ist das unsere neue Aufgabe. Wir werden natürlich dahin gehen. Keine Frage. Auch wenn Dörte natürlich etwas irritiert ist, dass hier fremde Leute ihr schreiben. Naja, es ist halt Dorfleben. Da muss man sich an manches gewöhnen. Bevor wir uns aber auf den Weg machen, werden wir auf jeden Fall unseren Garten einmal versorgen. Zusehen, dass wir hier mal klarkommen. Zack, zack, zack. Ja. Achso, da unten. Also das hier gefällt mir noch nicht so ganz mit den Steinen. Die mache ich mal weg. Und dann würde ich natürlich auch noch mal kurz bei unserem Hühnerküken vorbeigucken. Mal schauen, wie es denen so geht. Ein bisschen was hier wegnehmen. Leider kein neues Saatgut. Ich hatte darauf gehofft. So, wer bist du jetzt eigentlich? Du bist Zweig. Zweig sieht heute wirklich glücklich aus. Und Blatt sieht offenbar auch glücklich aus. Sie haben kein Heu gegessen, weil sie ihr Gras fressen. Na gut. Na dann. Können wir ja mal aufbrechen. Ich werde, wie gehabt, alles raus machen, was wir nicht unbedingt brauchen. Die Hacke ist meistens auch ganz nützlich. Oh, was ist das denn? Grüne Würmer? Grüne Würmer, das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Was ist das? Karottensamen im Frühjahr pflanzen. Gut, Kärtmarsch. Wir müssen erst noch hier die Karotten einpflanzen. Die sind definitiv neu. Das ist ja schon mal cool. Ein neues Saatgut. Karotten haben tatsächlich immer noch gefehlt. Ja, richtig. Gut, aber jetzt. Ich will mich auch gar nicht so lange aufhalten. Ehrlich gesagt, ich würde jetzt erstmal hier Willi aufsuchen. Und natürlich ist unser Ziel heute, möglichst viel Geld zusammenzubekommen, um uns noch etwas Saatgut zu leisten. Zumal Pierre morgen zu hat. Also wenn, müssen wir heute da hin. Oh, du bist... Dich kennen wir noch nicht, oder? Hi, sagt Jess. Okay. Hat uns nichts zu sagen. Wir schleichen uns mal an. Ahoy, Fräulein. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Ach, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der Salzgensee. War ein ziemlich großer Fang. Hab eine Menge guter Fische verkauft. Glückwunsch. Endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Okay. Man bekommt hier einfach Sachen geschenkt. Da ist Dörte natürlich gleich mal misstrauisch. Warum schenkt er uns das? Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Aha. Das ist also so eine Art Köderangebot. Hö, hö. Köder, hö, hö. Äh, unsere Angel. Ja, damit können wir jetzt auch fischen gehen. Eine Bambusstange. Eine neue Einnahmequelle. Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen, also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn's stinkt, verkauft sich's bestimmt. Oho. Das hat mein alter Vater zumindest immer gesagt. Yeah. Na dann kann's ja losgehen direkt. Wir werden natürlich sofort anfangen zu fischen. Ihr habt's vielleicht auch schon grad gemerkt, ich hab das Gamepad aktiviert. Zwischenzeitlich. Ähm. Weil ich einfach lieber mit dem Gamepad angle, als mit irgendwas anderem. Der geht aber hier abher. Gut, den ersten Fisch kann man ja nicht verlieren. Das ist Tutorial, sozusagen. Ein Gotteslachs. Das ist eigentlich ein Flussfisch. Ich glaube, es ist aber so, dass beim ersten Fisch, bei diesem Tutorial, quasi einer von den leichtesten Fischen zufällig ausgewählt wird. Völlig unabhängig davon, wo man fischt. Was natürlich ein bisschen witzig ist, aber naja gut. Da haben wir jetzt einen Gotteslachs gefangen. Auch gut. Wir fischen mal weiter. Ich finde ja dieses Fischen an sich immer recht entspannt. Also klar, es gibt Fische, die sind ein bisschen anstrengend reinzuholen, aber insgesamt finde ich es eigentlich sehr entspannt. Jetzt am Anfang dauert es mitunter immer noch ein bisschen lange, bis die Fische angeißen. Weil man noch nicht so eine tolle Angel hat, vor allem. Deshalb würde ich es ein bisschen so halten, dass ich, wenn ich sehr lange Pausen habe, also wirklich mal ein paar Sekunden lang, es dauert, bis ein Fisch anbeißt, dass ich diese kurzen Pausen einfach rausschneide. Nur, dass ihr euch nicht wundert, das geht dann nicht ratzfatz bei mir, sondern ich habe quasi nur die Wartezeit, in der ich nichts zu erzählen hatte, rausgeschnitten. Weil ja auch nichts passiert. Dauert ganz schön gerade. Jetzt ist wieder einer. Ja. Wir haben ja auch schon einige Fische jetzt gefangen. Also ich würde es jetzt so halten, dass wir bis maximal 16 Uhr angeln. Dann rasch unsere Fische verkaufen bei Willi, um ein bisschen Geld zu bekommen. Dann zu Pierre eilen, um schnell noch ein bisschen Saatgut zu bekommen, weil er ja morgen zu hat. Und dann können wir das Saatgut natürlich auch einpflanzen. Und vielleicht finden wir auch noch ein bisschen was, was wir sonst so verkaufen können. für morgen dann, auch wenn wir morgen nichts einkaufen können, aber kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante zu haben. Oh mein Schatz. Okay, jetzt habe ich gerade demonstriert, wie man es nicht macht. Das Problem an den Schätzen ist, während man den reinholt, verliert man halt bei dem Fisch wieder den Fortschrittsbalken. Wenn er nicht gerade zufällig an demselben Ort ist. Und da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen ungeschickt angestellt, muss ich zugeben. Wäre natürlich zu schön gewesen, wenn ich jetzt hier einen schönen Schatz geangelt hätte. Aber naja, beim nächsten Mal vielleicht werden wir es dann schaffen. Du hast ein paar neue Ideen, über die du schlafen kannst. Was bedeutet das denn jetzt? Warum habe ich das bekommen? Hat das was damit zu tun, dass ich vielleicht mein Fähigkeitslevel erhöht habe? Also, dass ich jetzt genug Punkte hätte, um es zu erhöhen? Da schließt sich natürlich direkt die nächste Frage an, ob ich überhaupt darüber hinaus jetzt noch Fähigkeitenpunkte bekommen kann. Also, ob ich, wenn ich jetzt auf Level 1 bin sozusagen, oh, da ist wieder ein Schatz, dass ich dann, ähm, Moment, wir müssen den Schatz reinholen. Scheiße. Ich habe heute kein Glück mit den Schätzen. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wenn ich jetzt das Fähigkeitenlevel habe, die Punkte dafür, bekomme ich dann noch weitere Punkte für ein nächstes Level? Oder verfallen die jetzt quasi? Das weiß ich nicht. Ein Flunder. Noch ein neuer Fisch. Ja, so. Ich meine, wir haben jetzt schon einiges geangelt. Sehr erfreulich. Ganz viele verschiedene Fische. Da könnte ein bisschen was zusammenkommen. Vor allen Dingen auch schon welche mit Silbersternen. Das gibt ja schon mal ein bisschen mehr Geld. Und ein Hering. Wir haben noch eine Stunde. Und eine Sardine. Wieder mit Sternen. Wir haben noch Platz für drei Fische, aber ich glaube nicht, dass ich drei Fische in 40 Minuten angeln werde. Aber jetzt habe ich auch noch den abgebrochen. Versehentlich. Na, einen schaffen wir vielleicht noch danach. Aber da müssen wir uns schon ganz schön sputen. Das ist nochmal eine Sardelle. Eine weitere. Auch mit Sternen. Jetzt ist es eigentlich schon 16 Uhr. Aber er hat gerade gebissen. Währenddessen hält ja die Zeit an, während wir den reinholen. Okay. So. Das war das. Angeln. Schnell den Einkauf verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 499. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ein Steinfischköder erhöht die Chance, Steinfisch zu fangen. Das ist auch neu, oder? Fischräucher. Fischräucher. Auch irgendwelche neuen Sachen. Gut. Muss uns heute jetzt noch nicht so richtig interessieren. Wir eilen jetzt mal schleunigst zu Pierre. Na, ich sehe hier noch wieder Muscheln. Aber ich will mich hier eigentlich nicht so lange aufhalten. Hier wäre auch noch eine, aber vielleicht kommen wir später nochmal vorbei. Hauptsache, wir kriegen erstmal unser Saatgut. Wir rennen. Wir sind natürlich im Moment auch einfach noch nicht so schnell, ne? So. Oh, zack. Oh, gerade so eben noch geschafft. Guten Tag. Hallo. Puh. 499. Ich meine, was kaufen wir uns denn davon? Auf jeden Fall ein bisschen Blumenkohl. Würde ich sagen. 170. Wir könnten zweimal Grünkohl besorgen. Aber noch 30 über. Das würde für einmal Zierlauch reichen. Dann haben wir nur noch 9 Gold über. Ist jetzt auch nicht so besonders. Aber, ja. Ich meine, wir haben ja die Muscheln. Die können wir gleich verkaufen. Dann ziehe ich nochmal los. Holen wir noch die eine Muschel, die da über war. Und dann könnten wir auch nochmal gucken, ob wir vielleicht ein paar Sammelsachen finden, die wir verkaufen könnten. Nochmal eine kleine Tour machen, aber nicht zu lange. Weil wir ja das Zeug auch noch einpflanzen müssen. Gehen wir da unten lang? Ich glaube, die kennen wir schon alle. Ah, hier ist tatsächlich nochmal was. Ah, Löwenzahn. Sehr schön. Zwei Löwenzahn. Noch ein Löwenzahn. Und dann? Noch ein Löwenzahn. Die hier kennen wir. Das ist Lea. Die haben wir schon mal gesehen. Ich mache hier kurz einen kleinen Schlenker drumrum, um den See. Oh, da hinten ist nochmal Löwenzahn. Also das nächste Mal muss ich vielleicht doch nochmal meine Sense mitbringen. Damit man hier vernünftig durchkommt. An diesen Orten übrigens kann man besonders toll angeln. Wenn hier so ein Geblubber ist, ist jetzt leider schon wieder weg. Aber wir können uns das ja dann mal merken beim nächsten Mal, dass wir dann nochmal angeln. Oh, hier gibt es auch was. Einmal Frühlingszwiebel. Oh, da unten sind sogar noch mehr. Sehr gut. Und da unten sind sogar noch mehr. Das lohnt sich richtig hier. Also diese Tour hat sich jetzt gerade richtig gelohnt. Schade, dass wir das morgen nicht bei Pierre umsetzen können. Aber dann können wir halt übermorgen besonders viel Saatgut kaufen. Gut. Wie komme ich jetzt hier durch? Äh, hier. Ja. Okay. Also ich verkaufe erstmal die Sachen, die wir loswerden wollen. Das war einmal die Muscheln. Der Löwenzahn. Die Frühlingszwiebeln. Die Zeitung würde ich behalten, auch wenn es eigentlich Müll ist. Aber es gibt halt irgendwann dieses Recycling-Gedöns. Ähm. Damit lohnt sich das Ganze dann schon wieder. Das ganze Werkzeug wieder aufnehmen. Und ein bisschen was anpflanzen. So. Gut. Es ist natürlich jetzt schon sehr, sehr dunkel. Ich würde mal kurz zu irgendeinem Tümpel hin wollen. Die sind alle so weit weg, ne? Es könnte jetzt tatsächlich mal so eine Farm sein, auf der ich gerne einen Brunnen hätte. Weil der Weg zum nächsten Wasser einfach so weit weg ist. Also Brunnen, äh, Brunnen bauen wir auch noch relativ weit oben auf der To-Do-Liste, glaube ich. Weil das ist jetzt echt ein bisschen arg weit weg. Gut. Na dann. Ach, wir haben sogar noch Energie. Moment. Also, bevor wir hier Energie verschwenden, werde ich natürlich erstmal noch ein paar Bäume umhacken. Eins, zwei. Ähm. Da ginge noch was. Den hier vielleicht. War da unten links gerade irgendeine Information? Jetzt bin ich so richtig aufgepasst, ehrlich gesagt. Irgendwas hat er mir da unten, glaube ich, gerade erzählt. Wie viel habe ich noch? 16. Ich bin langsam erschöpft. 10. Eins, zwei, drei, vier. Damit bin ich bei zwei runter. Mehr geht nicht. Aber immerhin. Wieder 40 Holz mehr. Erstmal schlafen gehen. Aha. Level up beim Fischen. Und ein Level up beim Sammeln. Ja, es kann sein, dass diese Information eben auch wieder war, dass ich irgendwelche neuen Ideen hatte. Also, ich vermute sehr stark, dass diese Information mit den Fähigkeiten zusammenhängt. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Beim Angeln gab es irgendwas Neues. Ich habe nicht darauf geachtet. Beim Sammeln gibt es auf jeden Fall die Axt-Effektivität ist besser. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept, wilde Saat und den Müsli-Riegel haben wir damit freigeschaltet. Und diesmal haben wir sogar was verkauft. Nochmal 414 Gold. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Tag. Okay. Ja, heute regnet es natürlich. Wir schauen uns trotzdem mal den Wetterbericht an. Morgen wird es klar und sonnig. Und was sagt der Wahrsager? Die Geister sind heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Was ist denn hier mit den Geistern los? Ist das unfair? Keiner mag mich. Naja gut. Sie ist auch nicht so leicht zu mögen. Das Glück verwöhnt sie nur auf mich gerade. Man kann Dörte schon ein bisschen verstehen, dass sie etwas ruppig ist. Oh. Aber die Hühner sind schon ausgewachsen. Das ging jetzt aber echt schnell. Ach ja, stimmt. Ich musste ja ein Ei ernten. Sogar schon eins mit Sternchen. Nicht schlecht. Wie gut geht es denen? Also es ist tatsächlich das Streicheln hier. Das ist damit jetzt schon mal klar. Sehr gut. Ja. Also die Eier werde ich jetzt auch erstmal verkaufen. Ich kann jetzt im Moment glaube ich noch nichts damit machen. Wir können ja später dann Mayonnaise draus herstellen. Aber im Moment haben wir die Option leider noch nicht. Also weg damit. So. Was treiben wir jetzt heute? Erstmal bei neuen Sachen. 100 Gold dafür, dass wir ein Ei geerntet haben. Fortschritt. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. Wenn du an Erfahrung gewinnst, wirst du neue Rezepte zur Herstellung entdecken, die deine Einkünfte erhöhen und dein Leben einfacher machen. Eine Vogelscheuche zum Beispiel wird Krähen davon abhalten, sich an deiner wertvollen Ernte zu vergreifen. Leider kann ich das jetzt noch nicht herstellen, sondern ich brauche erst Hofarbeitsstufe 1 dafür. Tiere füttern. Robin, die örtliche Schreinerin, lebt nördlich der Stadt. Im Tausch gegen Rohstoffe und Geld baut sie neue Gebäude auf deinem Hof. Wenn du ein Silo baust, kannst du dein eigenes Gras mit der Sense ernten und es für die Fütterung deiner Tiere lagern. Wir sollen ein Silo bauen. Okay. Ja, das werden wir tun. Dazu brauchen wir allerdings jede Menge Stein. Und aus diesem Grund werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen Stein auf dem Hof entfernen. Ich weiß nicht, also 100 Steine zusammen zu bekommen, wird schon eine ziemliche Herausforderung. Mit dem, was wir auf dem Hof haben. Aber es wäre natürlich auch interessant für uns heute einfach nochmal richtig schön angeln zu gehen. Weil bei Regenwärter gibt es ja auch andere Fische. Da könnte man sich heute auch ordentlich Geld erwirtschaften. Wir werden so ein bisschen zweiteilen. Also so ein bisschen Steine entfernen hier. Und vielleicht auch noch ein bisschen Gedöns. Dass man hier mal ein bisschen besser durchkommt. Das reicht aber auch erstmal. 36 Steine. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Aufgabe vor uns. Ich nehme mal alles nicht mit, außer die Angel und die Hacke. Das wären jetzt zwei Sachen, die ich erstmal behalte. Dann machen wir hier eine kleine Tour. Aha. Da haben wir schon mal gleich die ersten Sachen, die wir sammeln können. Oh. Das wird mir jetzt natürlich so ein bisschen mein Inventar vollhauen hier. Echt nicht so wenig. Naja, aber wir wollen uns mal nicht beklagen. Wir freuen uns natürlich darüber. Hier kann ich erstmal was ausgraben. Reisspross. Oh, das konnte man glaube ich auch nur im Frühjahr anbauen. Und da gab es ja diese spezielle Sache, dass man sie in der Nähe vom Wasser anbauen musste. Das würde ich mir dann auch nochmal anschauen. Das wird das nochmal in den Boden bringen. Auf jeden Fall heute. Aber wir werden erstmal hier oben angeln. Ein weiterer Angelort, den ich vor allem für den Anfang sehr gut finde. Weil er relativ leichte Fische hat. Und am Anfang ist man ja noch nicht so begabt. Ich sehe noch eine Sache zu sammeln. Komme ich da überhaupt dran? Ich glaube nicht. Auf diese Inseln in der Mitte komme ich glaube ich nicht unbedingt. Muss ich mal gucken. Ob ich da hinkomme. Ja, das ist das, was ich über die einfachen Fische gesagt habe. Hier gibt es nämlich Karpfen. Es geht ja letztlich auch erstmal darum, dass man möglichst viel Fisch fängt. Um erstmal an Geld zu kommen und die Angelfähigkeiten zu verbessern. Und da der Karpfen relativ leicht zu fangen ist. Das hier, so gibt es keinen Karpfen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist irgendwas anderes. Was ein bisschen komplizierter ist. Ja. Ein Forellenbarsch. Aber auch mit Sternen. Der Karpfen hatte sogar einen goldenen Stern. Treffer. Na, was bist du für einer? Möglichkein Karten. Dafür ist er ein bisschen zu zappelig. Ja, ein Kaulbarsch. Noch ein Kaulbarsch. Also einer geht noch. Dann ist das Inventar voll. Dann müssten wir einmal zurückkehren zum Hof, um unser Zeug loszuwerden. Und könnten dann vielleicht nochmal zu einer zweiten Angeltour aufbrechen oder irgendwas anderes auf dem Hof treiben, je nachdem. Und ein paar Bäume fällen. Neuer Erfolg, Fischer. Ey, es ist ja dritte Tag und wir haben den ersten Erfolg, oder was? Wartet mal, wo waren die? In den Sammlungen. Zehn verschiedene Fische gefangen. Zweiter Angeltag. Ah, doch, wir kommen da hin. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Hier kommen wir ran. Sehr gut. Ja, wie gesagt, kein Platz mehr. Deshalb treten wir mal den geordneten Rückzug an. Gut, also wir brauchen irgendwas, wo ich diese Reissprossen anpflanzen kann. Das überlege ich gerade. Würde das Sinn ergeben, das da hinten zu tun? Wir müssen ja natürlich erstmal durchkommen. Achso, ich brauche jetzt die Sense. Stopp. Ich muss hier unbedingt noch ein bisschen was freiräumen. Wir verkaufen erstmal. Erstmal Inventar freikriegen. Wie gesagt, planen, beibehalten. Jede Menge Fisch. Die grünen Algen auch. Wilder Meerrettich. Wobei, wartet. Ich würde alle bis auf einen verkaufen. Weil wir daraus ja noch was herstellen können. Ich brauche die Sense. Aber ich nehme auch das restliche Werkzeug mit. Mal gucken. Vielleicht brauchen wir es ja. Um da hinten durchzukommen. Ich würde es mal da hinten am Fluss versuchen. Dort ein bisschen Reis anzupflanzen. Wenn das nicht geht, haben wir ja noch den See unten. Weil ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt hinpflanzen kann. Probieren wir es mal. Geht das? Ist das nah genug? Ich sehe es leider nicht. Moment. Wir müssen den Baum erst entfernen. Ja, das scheint zu funktionieren. Also zumindest für diesen Reisspross kein Problem. Aber hier daneben kann ich nichts hinbauen, oder? Nee, das geht wieder nicht. Das ist, glaube ich, auch zu weit weg. Ja, okay. Also das ist eine bescheuerte Stelle. Das eine lassen wir jetzt. Aber ich glaube, den Rest werde ich lieber am See unterbringen. Hier. Ja. Machen wir mal ein bisschen frei. Das hier. Das hier. Eins, zwei. Hallo? Drei. Gut. Das reicht uns fürs Erste. Wir haben hier gerade noch ein bisschen gemischte Saat aufgenommen. Die werde ich noch versuchen unterzubringen. Das heißt versuchen. Also die schaffen wir auf jeden Fall. Lagern den Rest ein. Ja, und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden dann einen weiteren Angeltrip auf jeden Fall durchführen und mal sehen, was uns am vierten Tag erwartet. Bis dann macht's gut, eure Miri. Und dann geht's gut. Genau. Okay. Tschüss.